So, dann mal arbeitslos. Pass auf, wir werden aber gleich auch einen Lagerträger brauchen. Das passt schon. Das ist in Ordnung. Das können wir so lassen. Baumeister einer reicht, glaube ich, gerade erst mal, ne? Da brauchen wir erst mal nicht viel mehr machen. Holzfäller passt auch, wobei wir sehr viel Holz für die Bretter brauchen werden. Aber trotzdem okay, glaube ich. Da haben wir auch zwei. Das ist auch in Ordnung. Dann holen wir noch mal einen Nahrungsträger ran. Das ist auch okay. Pack noch mal jemanden ins Sägewerk, weil wir die Bretter jetzt brauchen. Von daher passt das auch. Warten auf Baumeister. Eier aus Sicher, gell? Sicher. Achso, warte mal, wir brauchen... Wir können das ja noch gar nicht bauen, weil wir noch keine Bretter haben. Ah. Natürlich. Dauert noch ein Momentchen. Dauert noch ein Momentchen, aber das kriegen wir hin. Ah ja, arbeitslose Dorfverbunde. Einen haben wir noch. Pass auf, dann schicken wir den mal noch zum Holzfällen. Zack. Ich glaube, einen haben wir auch noch nicht umgenannt, ne? Ja, hier. Dragoban, gute Nacht, schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Schlaf gut. Was können wir denn hier noch schönes kaufen? Ja, Fischhütte macht halt leider keinen Sinn, ne? Fischhütte macht leider keinen Sinn. Jagdhütte und Fleischerei können wir hier machen. Kostet 25. Freischalten kann man's ja mal. Freischalten kann man das ja ruhig mal. Jetzt können wir ne Fische... Ach, Fleischerei. Ich wollte gerade sagen, hä, Fischerei hab ich gar nicht gemacht. Jetzt können wir eine Jagdhütte bauen. Und ne Fleischerei. Beides werden wir benötigen. Aber noch nicht jetzt sofort. Wir warten erstmal noch einen Moment. Ah, wir könnten auch hier noch neue Gebiete kaufen übrigens, ne? Das ginge auch. Wie war das nochmal bei Foundation? An alle, die das hier jetzt auch schon gezockt haben, musste ich, oder musste man bei Foundation darauf achten, dass die... dass da die Viecher auch in der Nähe sind? Oder ist das egal? Also kann ich einfach ein Jagdgebiet ausweisen und die jagen dann für sich selber einfach die Sachen. Ich glaub, so war das, ne? Die haben einfach selber angefangen zu jagen. Ich putz mal grad Nase. Oder? Tschu und Tobi, gute Nacht, schlaf gut. Und dir auch ein schönes Wochenende wünscht, immer. Gut nocht. Dr. Beetle, auch an dich eine gute Nacht. Achso, das war Jagdgebiet, okay. Ja, ich sag mal, Nahrungszufriedenheit ist so... Äh, die müssen hinlaufen, wenn es zu weit weg ist, klappt es schlecht. Okay, 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 alles klar. Alles klar. Sir Falcon, auch an dich eine gute Nacht, hör mal. Schlaf gut. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Ja, also gut, ich würde die Jagdhütte jetzt da schon hinstellen, wo ich auch das Jagdgebiet quasi einzeichnere. Ich würde bei nixer Gelegenheit vielleicht da oben den Stuff ausbauen. Also den Stuff hier, das Territorium quasi, ähm... Dingsen und würde hier noch ein bisschen aufforsten vielleicht und dann hier eine Jagdhütte hinsetzen. Ähm, dann können die da in Ruhe jagen und sowas. Das passt schon. Ich glaube, das ist ganz nice. Und ich glaube, hier mit diesen Steinen oder an diesen Steinen konnte man dann irgendwie auch Bergwerke machen, damit man Eisen und sowas holen kann, ne? Ich glaube, so war das. Und dann konnten wir uns auch immer noch nach hier unten erweitern. Und wir könnten auch das hier als nächstes kaufen, um hier unten Fischerhütten hinzusetzen. Ich weiß aber nicht, wie wir hier runterkommen. Ich glaube, das ist nicht so easy. Da wäre es dann schon nice, wenn wir die Ecke hier vorne hätten. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ist ja alles nur in den Kinderschuhen hier, ne? Das passt schon. Wie sieht es aus? Der Baumeister. Auf den warten wir wieder. Toll. Lass mich mal in den Steinen kloppen. Ja, es gab das Wasser. Super. Haben zwar erst 19, aber das ist schon okay. Die werden ja auch immer wieder reingebaut, ne? Das passt schon. Das Game schaut mega Korsi aus. Ist es auch. Ist es auch. Ich weiß nicht, ob hier mittlerweile auch Dingens dazu gekommen ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ob man hier mittlerweile auch, ähm... Ob man hier mittlerweile... Ach Gott. Ob es hier mittlerweile auch Krieg und sowas gibt? Ich hoffe nicht. Mag ich nämlich nicht so. Ich mag... Wenn ich Krieg will, spiele ich Command & Core or Age of Empires. Ich mag es, wenn die Games so Korsi sind und du einfach nur bauen musst und wirtschaften und so. Das ist geil. Aber Krieg mag ich nicht unbedingt. Oh, guck mal. Drei Neuankömmlinge. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warte. Können wir ja gleich mal hier. Können wir ja gleich mal hier. Das ist ja kein Problem. Ähm, warte. Gehen wir mal rein. Okay. Sehr gut. Warte. So. Na, warte. 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 So. Nice. Äh, gibt keinen Krieg. Dafür ist das mit und Endgame etwas kniffliger geworden. Oh, okay. Also tatsächlich so Wirtschaftsausbau und sowas wahrscheinlich, ne? Okay, das ist geil. So, wir können jetzt endlich mal wieder jemandem dem Baumeister hier zuteilen, damit wir hier mal wieder zwei haben, damit es hier mal ein bisschen vorangeht. So eine Frechheit, wie lahm die sind. Meine Güte. Wir sind ja gleich am Einschlafen. Jau. Oh nein, Gorilla. Du hast jetzt aber nicht abonniert, weil er gesagt hat, ab geht's hier. Du hast aber jetzt nicht abonniert, also ne? Du hast jetzt aber... So, warte. Ja, natürlich. Hoch. Hupsi. Nein, nein. Guck, es funktioniert. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh no. Lord of Terror, ich grüße dich. Ein Wunderschön. Und Dankeschön auch an dich für deinen Resub. Liebe, geht raus, Lord of Terror. Ich hoffe, dir geht's gut, Hörmar. Dankeschön für deine 17 Monate im Tier 2. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und schöne Grüße, die Nachtschicht. Ich hoffe, es ist ruhig. Oh nein. Oh no. So, warte mal. Wo war er denn jetzt hier gewesen? Haben wir noch Arbeitslose... Oh, das Lager ist fertig. Fantastisch. Ah ne, das Lager ist noch gar nicht fertig. Oh Gott, geht das mal ein bisschen schneller jetzt. Torin, du musst schneller arbeiten jetzt. Ah, alles klar. Gut, gut, sehr gut. So, dann nehmen wir erstmal zwei Träger. Perfekt. Und Ressource zuweisen. Bretter. Ähm, was können wir hier noch lagern? Habe ich was verpasst? Lord of Terror, du warst lange nicht da. Lange nicht mehr gelesen. Krass. Ähm, habe ich was verpasst? Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ne. Es ist alles beim Alten. Es ist alles beim Alten. Ich lasse die mal hier noch ein bisschen Steine lagern, glaube ich, ne? Äh, ich hoffe, dir geht's gut, hör mal. Lord of Terror, ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, pass auf, Beeren werden hier gesammelt. Das ist schön. Das ist schön. Kili-Fili, äh, einen schönen Lurk gewünscht, hör mal. Einen schönen Lurk gewünscht. Tadam. Wie sieht's denn? Warte mal. Hä? Haben wir noch jemanden Arbeitsloses hier gerade? Ne, ne? Mit den arbeitslosen Dorfbewohner. Das ist traurig. Die sind alle in Arbeit. Scheiße. Jetzt können wir die ja gar nicht dafür verantwortlich machen, dass wir kein Geld mehr haben, weil Arbeitslosengeld so teuer ist. Danke. Äh, hat dieses Spieler eine hohe Anforderung? Ne, es geht eigentlich. Geht eigentlich. Ich glaube, das kannst du relativ... Ich glaube, du kannst das relativ nice konfigurieren. Das hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier, du kannst dir sehr viel ausmachen an... Ne, du kannst dir... Du kannst dir super viel einstellen. Und ich glaube, wenn du das so ein bisschen einstellst, dann passt das, glaube ich. Jaja, da passt das. Easy. Da kannst du einiges machen. Endlich wieder ein paar Stellen streichen. Ja. Wir brauchen mehr Arbeitslose. Die müssen wir dann verantwortlich dafür machen, dass die Wirtschaft nicht wächst. Mann, ey. So, wie siehst du denn? Oh, guck mal, die sind... Oh, ja, Alter. Guck mal hier, die Häuser. Das sind aber große Häuser. Sechs von sechs sind das schon. Das andere sind nur zwei von zwei. Oha. Die haben sich schon ausgebaut, die Herrschaften. Die fühlen sich aber wohl hier. Ja, die wollen Verschönerungsobjekte haben. Kacke. Ähm, die konnten wir freischalten, glaube ich, ne? Hier bei Fortschritt. Zierelemente. Was haben die jetzt gekostet? Ist egal, wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit. Wir nehmen sie mit auf eine Reise. Ein Dorfbaum. Guck mal. Yeah. Was können wir hier noch machen? Ein Schild. Ein Schild. Da war es doch glatt. Zu komfy gerade. Lord of Terror. Wo ist denn mein Hut? Da. Was passiert hier? Ja, frag nicht. Dankeschön. Lord of Terror. Vielen, vielen Dank. Für deine 100 Euro. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Liebe geht raus an dich. Huch. Liebe geht raus an dich. Oh, warte, warte, warte. Ich muss das neue Wochverbund annehmen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine 100 Euro. Oh ja. Das habe ich vermisst. Diese kristallklare Stimme und das Niveau des Streams. Was für ein Niveau. Niveau hier mit dir nicht. Dankeschön, Lord of Terror. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist, hör mal. Liebe geht raus an dich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Welches Tier ist gerade gestorben? Tag mal. Welche Tiere, meinst du? Klingt, als hätte jemand Zahnschmerzen. What? Okay, warte mal. Wir haben drei arbeitslose Dorfbewohner. Da müssen wir doch gleich mal hier, warte, warte, warte. Komm, wir müssen gleich mal Lord of Terror anholen hier. So. Nice. Wen haben wir denn da noch? Wen haben wir denn da noch? Shio Kami. Let's go. Shio Kami. Ich kann da keine Zahlen nehmen, deswegen muss ich das jetzt als O schreiben. Mal mein Gebiet markieren. Lord of Terror, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, danke, danke. Liebe geht raus an dich. Mein Kater hat etwas verstört geschaut. Sehr gut. Die arme Katze. So, wir weisen mal hier noch einen Träger zu. Passt auf. Da wird gerade auch ein weiteres Wohnhaus gebaut. Geil. Das ist sehr nice. Da haben wir einen Träger. Drei von drei. Da haben wir auch drei von drei. Wegewerk haben wir zwei von drei. Börst du eins von eins. Hier haben wir drei von drei. Fantastisch. Was haben wir denn hier? Sammlerhütte. Ja komm, da können wir nochmal jemanden dazu packen. Und auch den Bergarbeiter können wir nochmal einen dazugeben. Jetzt haben wir keine Arbeitslosen mehr. Verdammt. Auch passt, dass die Peter nicht vorbeikommt. Naja, die wollen ja auch Tiere in Videospielen verbieten. Die haben ja auch Palworld tatsächlich angekreidet, dass man da Tiere beschäftigen kann. Das fanden die gar nicht lustig. Was ich irgendwie total beklopft finde, weil ich meine, ey, das sind virtuelle Tiere. Also, ne? Crazy. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und Bloody Skyron. Dankeschön auch an dich für deinen neuen Sub. Ein herzliches Willkommen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Die wollen Tiere auf Karussells verbieten. Ja, auch das habe ich gelesen. Ja. Das ist crazy. So, aber wir sollen eine Handelsroute planen. Schalter eine Handelsroute für Handel mit drin. Erlaubt das Verkauf von Brettern im Handelsmenü. Okay, warte. Wo? Ressourcen, Gebäude, Wirtschaft. Ich denke, ist das bei Wirtschaft? Nee. Gott, wo ist denn hier nochmal das Handelsmenü? Ah, Handelsroute freischalten mit Notbury. Aha. Geil. Oh, man kann Handelsrouten jetzt auch aufwerten. Okay. War das bei God of War nicht auch so mit dem Riesenhund? Ja, 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 ja. Die PETA ist da in Sachen Gaming auf jeden Fall richtig hart drin. Ähm, warum auch immer. Ich weiß nicht genau, warum. Aber wie gesagt, das sind halt einfach Videospiele, weißt du? Was? Fuck. Ah, Ressourcen. Hier müssen wir das machen, genau. Warte, 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 warte. Wo haben wir denn Bredder? Bredder haben wir hier. Vorratung, Verfolgung. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Alles oberhalb der Stückzahl. Das heißt, wir behalten hier im Lager... 20. Und alles, was über 20 geht, wird verkauft, ne? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ah, aber die argumentieren, dass die Hemmschwelle senken würde. Das haben die damals auch gesagt. Das ist immer die typische Argumentation von irgendwelchen Institutionen, die keine Ahnung haben. Das gab damals... Ich kann mich noch genau an Christian Pfeiffer erinnern. Christian Pfeiffer war immer der absolut maximalen Meinung, dass durch Counter-Strike es gefördert wird, dass sozusagen Leute weniger ein Problem damit haben, um Leute in echt abzuschießen. Also so Amokläufer. Ich kann mich noch ganz genau an diese Berichte, auch bei Frontal 21 damals erinnern. Oder Frontal hieß das, glaube ich, damals einfach nur, keine Ahnung. Nee, ich glaube, es hieß Frontal 21. Ich weiß aber nicht. Wo Christian Pfeiffer mit seiner Expertise erklärt hat, warum Killerspiele wie Counter-Strike oder Wolfenstein böse sind. Und ich meine, die Videospielbranche boomt. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass die Amokläufer irgendwie mehr geworden sind dadurch. Also... Weiß ich jetzt nicht so genau. Keine Ahnung. Ich bin mir unsicher. Und ich denke, dass das... Ich glaube... Ich meine, also... Ich finde es insofern nicht schlecht, Videospiele... Also... Videospiele finde ich dann... Also dann haben die... Dann haben die... Die Jugendlichen halt irgendwie wenigstens was Sinnvolleres zu tun, als irgendwie draußen an der Straßenecke rumzugammeln. Ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. I don't know. Also ich finde jetzt nicht, dass... Keine Ahnung. Was hat der Typ mit Winden in seiner Schule in CS nachgebaut, um Amoklauf zu üben? War da nicht was? Oder waren das damalige Fake News? Naja, aber Psycho, schon jetzt mal ganz ehrlich. Also... Also... Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich habe noch nie eine Knarre in echt in der Hand gehabt. Aber glaubst du wirklich... Dass das, was du in Counter-Strike machst... Am Ende des Tages mit der Realität... Dass das... Also dass das in der... Also das kann ich... Sorry, aber... Ich glaube, es hat schon nochmal ein... Also du musst schon wirklich krass drauf sein, wenn du... Das, was du virtuell quasi machst... Dann ins... Also ins echte Leben umzusetzen... Ich... Ne, keine Ahnung. Also da bin ich, glaube ich, raus. Weiß ich nicht. Also ich kann... Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Okay, wir haben Ratschlag, das Gutshaus. Aha. Eine fröhliche Frau kommt auf euch zu und sagt... Sie und ihre Leute wollen euch für eure harte Arbeit danken. Tatsächlich habt ihr schon einiges bewirkt. Sie schlägt vor, dass sie ein Gutshaus und eine große Halle baut, um die Siedlung zu verwalten. Fügt dann noch eine Kämerei hinzu. Ja, sicher machen wir. Nur klar. Das ist manchmal ein Trainer in der Aufsicht sind im Simulator mit VR. Ja, weiß ich nicht. Also da irgendwie Videospiele irgendwie... Also es ging ja jetzt um die grobe Diskussion, sag ich mal. Videospiele, die Hemmschwelle und so. Sehe ich halt nicht. Tut mir leid. Weiß ich nicht. Sehe ich halt nicht. Also es ist in meiner Meinung nach... Ich sehe das nicht. Also... Keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu wenig Experte dafür. Vielleicht sind Videospiele auch in allem Schlechten auf der Welt schuld. Keine Ahnung. Aber für mich nicht. Keine Ahnung. Ich fühle das nicht so. Den Punkt. Ich denke, da haben wir... Das war halt einfach ein guter Aufhänger damals. Oder das ist immer ein guter Aufhänger. Um andere Probleme so ein bisschen beiseite zu tun, die dieser junge Mann damals hatte. Ne? Der hat Videospiele gespielt. Ne? Das verstehen die älteren Herrschaften. Die Nachrichten gucken sowieso nicht. Der hat diese bösen neuen Videospiele gespielt. Ja, aber der ist... Weißt du Bescheid? Weiß ich nicht. Nicht, dass die Leute bald alle Tiere entsammten. Oh nein. Meine Katze ist jetzt in meinem Team. What? Oh no. Okay, was haben wir hier? Das Gutshaus. Ein Gebäude, das mit seinem Amtsstuben und Säulen der Dorfverwaltung dient. Das... Oh ja, das ist dieses Haus gewesen. Das ist das Haus, was man... Was am Ende des Tages quasi immer erweitert werden kann, ne? Hieß das schon immer Gutshaus? Ich glaube, das hieß früher anders, oder? Na, ich hätte das schon gerne hier in der Mitte gehabt. Irgendwie. Aber wir werden das nicht in die Mitte setzen können. Glaube ich. Wir setzen es hier hin. Hier. Nebengebäude hinzufügen. Große Halle. Ach ja, das war die Geschichte. Um Gottes Willen. Habe Stardew Valley gespielt und habe im Acker alles geradet. Oh no. Wie konnte man... Was gab es denn hier noch? Tür, Kamin? Oh, das war so geil, dass man hier die Sachen irgendwie so individualisieren konnte, ne? Das ist voll nice. Jetzt frage ich mich nur gerade die Tür. Ach, die konnten wir selber setzen, ne? Ach ja, stimmt. Und man konnte das hochziehen. Ich erinnere mich. Ja. So als Verwaltung, die von oben aufs niedere Volk spuckt, finde ich das gut. Ja. Also ich fühle das sehr. Muss ich sagen. Können wir das bitte einfach Finanzamt nennen? Die so von oben in die Häuser reingucken. Aha. Gehen wir wieder runter. Wie weit runter kommen wir hier? Okay, das ist... Weiter runter geht es nicht. Was ist das? Hier können wir noch andere Gebäude hinsetzen, ne? Aber nicht... Erstmal nicht jetzt, glaube ich, ne? Damit ich aber nicht den Einkauf drauf trage. Hä? Warum nicht? Kann man doch mal machen. So, setzen wir noch eine kleine Tür hin und einen kleinen Kaminchen hier oben drauf, ne? Kommt der Kamin hin? Ist der dann oben drauf, oder was? Hier, komm. Ein Hübschi. Können wir das überhaupt alles bauen? Oh, sechs Werkzeuge braucht das Gebäude. Oh, du Scheiße. 22 Steine. Das ist aber okay. Das passt. Was? Da die Bedingungen nicht dafür... Ach, was brauchen wir denn noch? Hä? Platziert die erforderliche Anzahl von Teilen, die als interaktive Kategorie... Was? An dieser Stelle warten Besucher geduldig, bis hier beschließt sie anzuhören. Ach so. Okay. Ja, erstmal hier. Oh, der Tür natürlich. So. Geil. Okay. Da hinten kommt die Stadtverwaltung hin. Schön weit weg vom Pöbel natürlich. Klar. Oh, hier kommt ein Händler vorbeigelatscht. Guck mal. Hui. Wir haben zwei Arbeitslose immer noch. Das ist furchtbar nett. Wo denn? Wo können wir die denn noch einsetzen? Vielleicht nochmal bei Träger jeweils zwei Stück? Sägewerk können wir auf jeden Fall nochmal machen. Das passt. Und vielleicht bei den Baumeistern noch jemanden. Nice. Wir müssen auch noch einen Namen vergeben, sehe ich gerade. Äh, warte, warte, warte. Name? Mein Name ist Hase. Ähm... Ach, ja, komm. Ja, Nummern kann ich leider nicht machen. Geht nicht. So, einen weiteren hatten wir auch noch. Ich glaube hier, ne? Ruinilda. Ich geh jetzt mit noch einen Tee hinein. Einen Tee! Nein, ich geb erst fast mehr. ist von euch mittlerweile aus dem early access das ist eine gute frage das kann ich dir jetzt gerade gar nicht beantworten nämlich gesagt ich weiß es nicht also es bekommt auf jeden fall noch eine menge updates dann bekomme ich meinen gehalt uhr schwierige die stadt ist sehr arm und wir sind ja alle hier um eine gemeinschaft aufzubauen wir sind ja alle hier um eine gemeinschaft aufzubauen da muss man auch mal umsonst arbeiten können meine frau würde mich mal bei der arbeit sehen wollen oh warte mal wahrscheinlich hat er gerade wieder frei ja sie ist er arbeitet gerade nicht natürlich warte wo ist er denn der macht wieder urlaub ich sehe das doch ich glaube der ist zu hause kann das sein ach guck mal da kommt da oder ja sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut guck mal schön es gab am arbeit sehr gut sehr gut was habe ich eigentlich für beruf shiokami warte mal lass mich kurz gucken du bist träger ja zwar kein amtsträger aber träger letzte news war dass der nächste update das nächste update wird aber sie noch kein datum dafür nennen wollen aha ok was war ich der tobi lord of terror warte du bist sammler jawohl 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 sammels nahrung das ist wichtig ist denn hier guck mal sehr gut wäre die universe sim was für dich habe ich noch nicht gehört was ist das kenne ich nicht das kenne ich nicht ich muss mal ganz kurz ich bin sofort wieder da ich muss mal ganz kurz meinen mein stuhl nichts was ich da drunter habe das schlägt falten und das ist immer kacke ich hasse das ja menschens kinder ist weil ich das jetzt